Einige der Galaxien, die auf den ersten Aufnahmen des James Webb Teleskops sichtbar sind, sorgen für Aufregung. Sie dürften – so heißt es laut einer Reihe von Astrophysikern – überhaupt gar nicht existieren. Um welche Galaxien es sich dabei genau handelt und warum diese ein kosmologisches Problem darstellen, erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny – willkommen bei Raumzeit. Ich habe bereits gestern Abend auf Twitter auf den neuen Aufsatz in Nature hingewiesen, der seit Mittwoch vorliegt und noch nicht hinter der Paywall verschwunden ist. Im Paper mit dem Titel A Population of Red Candidate Massive Galaxies 600 Million Years After the Big Bang äußern sich die Forscherinnen und Forscher zu sechs Galaxien, welche sie in frühen Deep-Field-Aufnahmen des Webb Teleskops ausmachen konnten. Die Aufnahmen entstanden mit Webs Nahinfrarot-Kamera NearCam. Bei diesen Galaxien handelt es sich dem Team zufolge um große Galaxien, deren Massen auf bis zu 50 Milliarden Sterne geschätzt werden. Ein Großteil dieser Sterne soll zudem rötlich strahlen – das ist ein Hinweis auf alte, reife Sterne. Die erste Analyse der Bilder mithilfe von photometrischen Redshift ergab auch Schätzungen für das Alter dieser Galaxien – sie stammen aus der frühesten Phase unseres Universums. Mit einem vermuteten Alter von 13,1 bis 13,3 Milliarden Jahren existierten sie bereits 500 bis 700 Millionen Jahre nach dem Big Bang. Wir erwarteten zwar Galaxien in dieser Epoche, diese allerdings sollten grundsätzlich anders beschaffen sein – nach allen kosmologischen Modellen – und diese waren bereits durch das Hubble Teleskop und andere Instrumente bestätigt worden – vermutete man junge, eher kleine Galaxien. Diese sollten vor allem ebenso junge, blaustrahlende Sterne aufweisen. Wer mal ans Fenster gehen will. Jetzt im Winter sieht man im Süden sehr schön den Orion. Unten links ist ein blauer Riese zu sehen – Riegel. Dieser ist bläulich. Oben links im Orion hingegen ist der rote Superriese Betagäuser, deutlich rötlich auszumachen. Das soll aber nur mal die Färbung verdeutlichen. Im Fall des Orion sind Riegel und Betagäuser etwa gleich alt. Generell aber gilt, wenn die Mehrheit der Sterne einer Galaxie rötlich strahlt, dann ist das eine bereits alte Galaxie, deren Sterne bereits viel ihres Materials fusioniert haben und abkühlen. Junge Galaxien, die eben erst dem kosmischen Chaos entsprungen sind, die ständig neue Sterne und Strukturen bilden, diese müssten verhältnismäßig klein sein und bläulich erscheinen. Man kennt ähnliche Galaxien lokal auch unter dem Begriff Green-Pee-Galaxie. Es ist tatsächlich so, dass die schiere Größe der Galaxien zu diesem Zeitpunkt ein Problem für die aktuellen Galaxien-Entstehungsmodelle darstellen würde. Dass der Aufsatz vermutlich dennoch zunächst keine höheren Wellen schlagen wird, liegt an der Messmethode. Die photometrische Methode, die angewandt wurde, ist veraltet und recht ungenau. Bei der photometrischen Methode werden mehrere Aufnahmen mit je anderen Farbfiltern gemacht. In den einzelnen Aufnahmen bestimmt man an jeweils die Lichtmenge, die uns vom Objekt erreicht. So lässt sich auf seine Rotverschiebung schließen. Diese an sich veraltete Methode feierte ab etwa dem Jahr 2000 ein Comeback, denn im Gegensatz zur moderneren spektroskopischen Methode verlangt sie nicht viel Teleskopzeit. Gerade beim Web-Teleskop ist Beobachtungszeit aber ein kostbares Gut. Erst eine genaue spektroskopische Analyse wird das Alter und auch die Masse der sechs Galaxien genau abschätzen können. Bei einer spektroskopischen Analyse wird das genaue Spektrum des Objekts erfasst, was eine präzise Analyse seiner chemischen Zusammensetzung erlaubt. Genau das ist im Dezember mit vier anderen Deepfield-Kandidaten geschehen. In diesem Monat erschien eine thematisch verwandte Studie als Preprint für die Astrophysical Journal Letters. Dort betrachtete man vier ganz ähnliche Galaxien mit der viel präziseren spektroskopischen Methode. Diese Galaxien hatten allerdings nur 10 hoch 8 bis 10 hoch 9 Sterne, also 100 Millionen bis etwa eine Milliarde. Das sind Zahlen, mit denen die gängigen Modelle keine größeren Probleme haben. Es bleibt also spannend, was eine genaue spektroskopische Analyse dieser neuen sechs Kandidaten ergeben wird. Und diese ist demnächst mit dem Web-Teleskop geplant. Sollten sich Alter und Masse als korrekt herausstellen, dann muss man tatsächlich in der Kosmologie einiges neu denken. So, ich bin froh, dass ich für heute nicht noch einmal spektroskopisch sagen muss, das ist sowohl für das Mikro als auch für den Menschen dahinter nämlich Schwerstarbeit. Und wenn ihr die honorieren wollt, dann abonniert gerne Raumzeit oder lasst auch mal ein Like da. Ich danke euch fürs Zuschauen, ganz besonders wie immer unseren Supportern auf Patreon. Ihr seid großartig und in diesem Sinne, 42!